2. Bundesliga Union Berlin muss Testspiel bei FC Basel absagen Union Berlin muss sein geplantes Testspiel beim FC Basel wegen einer fehlenden Genehmigung absagen. Eine andere Lösung wird geprüft. Union Berlin wird in der Winterpause nicht wie geplant gegen den Schweizer Vizemeister FC Basel testen. Wie die Köpniker am Freitag mitteilten, wurde das für den 26. Januar im Basler ST. Jakob Park angesetzte Duell von den örtlichen Behörden nicht genehmigt. Derzeit laufen laut Klubangaben Gespräche über eine Austragung der Begegnung gegen den ehemaligen Klub von Union Trainer Urs Fischer in Berlin. Union Berlin setzt die Saison am 31. Januar gegen den 1. FC Köln fort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017